dann gucken wir doch mal ob sich das irgendwie einpendelt auch wenn das nicht wirklich gut aussieht in den kommentaren gab es noch einige tipps pause eine davon wäre halt dass ich das mit den schmieden und den holzhackern nicht so übertreiben soll das drei viel zu viel wäre für meine dorfgröße konnte ich bisher so nicht beobachten aber ein weiterer punkt dabei war dass dadurch dass wenn wir jetzt ein zwei davon schließen würden dadurch hätten wir halt mehr laborer und die laborer würden mehr hin und her laufen und dadurch würde das ganze in effektiver ablaufen und mit ein zwei schmieden und holzhackern würden wir genauso viel hinbekommen wie jetzt mit dreien ist momentan irrelevant da wir kein eisen haben für das werkzeug aber ja also das können wir kurz schließen zwei stück das heißt schmieden brauchen wir noch einen mine muss an wir brauchen eisen obwohl warte nie geht aus wir suchen uns einfach irgendwo auf der karte eisen das geht schneller als jemand in die mine zu schicken hier unten sogar mit straßen anbindung sehr gut also wir hätten gerne eisen das da was können wir noch einfahren taylor haben wir keinen der ist eh inaktiv genau holzhacker holzhacker hacken jetzt nur noch zwei das heißt wir können einen woodcutter runternehmen forester haben wir fünf und sieben sie produzieren durchgehend holz was wir brauchen für feuerholz und dergleichen da können wir nicht wirklich viel einsparen wenn du verteilt die güte auf dem marktplatz ist es wichtig herbal ist es für die gesundheit wichtig wir sind auf zweieinhalb herzen runter unsere bewohner sind absolut ungesund bilder haben nur noch einen gatherer hat arbeitet keiner 3 von 50 ja hilft nix also ich vertraue es den kommentaren dass wir ein paar laborer übrig halten sollen damit das mit dem hin und her transport leichter läuft die felder 70 40 50 wir haben erst spätfrühling das schaut gut aus ich hätte gerne am ende der folge wenigstens ein problem weniger momentane probleme sind die leute sterben wie die fliegen wir haben kein essen wir haben kein feuerholz wir haben kein eisen und wir haben regelmäßig nicht genug essen obwohl wir recht viele große felder haben wir haben ganz viele studien sehr schön ich hätte gerne arbeitskräfte gut ausgebildete arbeitskräfte lauter hungrige leute gut wie schaustion und meisen aus sind leute bei ok ein kind ist verhungert und ein kind wurde geboren und ein kind wurde geboren ein kind ist verhungert nein ein student ich will nicht wissen wie voll unser friedhof inzwischen ist voll voll ich brauche jetzt aber kein friedhof das könnte ich nicht können student ist gestorben das ist jetzt eine echt garstige kombo es dauert wesentlich länger bis leute erwachsen sind wegen dem studieren verhungert 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 also es dauert wesentlich länger dass die kinder erwachsen werden durch das verhungern und die leute brauchen länger weil sie halt studieren hier die schule nicht bauen sollen echt nicht erst bauen wenn wir einen puffer haben gut müssen wir jetzt gnadenlos durchziehen es werden jetzt viele sterben dadurch haben wir weniger leute die essen brauchen und dann haut das hoffentlich ich habe irgendwie nicht sonderlich viel hoffnung sie brauchen jetzt das eisen die werkzeuge herzustellen damit die farmer schneller arbeiten können dann haben wir hoffentlich diesen winter genug essen verhungert 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 wir haben nicht genug farme haben nicht genug alles die gatherer hat schließen wir die gatherer hat lassen wir offen für den winter hunting cabin wie viel bringst du genau 640 das ist gar nicht so schlecht forester wir brauchen momentan kein forester wenn wir holz brauchen hacken wir hier was weg gatherer bleibt da herbalist bleibt auf jeden fall da wir brauchen mehr gesundheit hunting cabin wie viel bringst du du hast nur 160 gebracht du wirst kurzfristig eingestampft genauso wie der forester hier wir haben trotzdem nicht wirklich leute über aber ich hoffe das verteilt sich ein bisschen besser kann schon essen ich brauche essen verhungert verhungert schon haben wir kein vendor mehr doch schon och menno ich habe langsam den verdacht dass ein neues dorf besser wäre als jetzt hier durch zu hungern aber wir haben gleich ein großes dorf wo fast keiner drin lebt hühnchen farmen kann ruhig weiterlaufen hey mein kind ist student geworden verhungert verhungert haben wir noch 16 farmer forester schmeiße ich alle mal raus mache ich zu farmen so verhungert 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 wir sind inzwischen auf 51 leute runter inklusive kinder und studenten 50 essen reicht trotzdem nicht häuser stehen die teilweise leer ja weil einfach alle weggestorben sind das ist echt übel essen kommt rein kinder werden zu studenten verhungert als studenten kommt schon holt die ernte ein das ist das wichtigste wenn es gleich wieder winter wird dann verdorrt das auf dem felder da haben wir gar nichts von woodcutter wir haben kein feuer weins ja müssen wir gucken also es hätte schon was neues dorf anzufangen ich wüsste von vornherein eher worauf ich achten soll es wäre immer noch nicht perfekt aber es wäre auf jeden fall besser als das dorf hier muss ich gucken wie dieser winter wird und wie wir es allgemein jetzt hinbekommen mit dem feuerholz und so weiter und den werkzeugen warum hast du kein werkzeug es ist 22 warum hast du kein eisen wir haben 22 eisen hier hol dir das ab achso wir haben gar keinen schmied das ist relativ wichtig einen schmied zu haben ok ein gatherer weg einen schmied wir brauchen ein werkzeug also noch meckert keiner aber das kommt gleich 1200 essen sieht gut aus vor allem für unter 50 mann wir haben kaum noch werkzeuge wir haben kaum noch essen das stimmt inzwischen nicht mehr wir haben herbst ernte ist fast drin ok das war jetzt ein sehr sehr herber rückschritt schaut's mit den häusern hier eigentlich aus aber die studenten haben jetzt genug zu essen hoffe ich mal dass sie auch irgendwann erwachsen werden können und dann haben wir kompetente arbeitskräfte das ganze hier ein bisschen besser reißen so fällt im auge behalten verdorrt was oder nicht das hier sieht alles gut aus mit dem einsammeln auch wenn das nur eine frau gerade alleine macht hier müssten 17 leute auf dem feld stehen naja nicht ganz die hälfte vielleicht hin und her laufen aber so das was despawned 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 na gut ist überschraubar was da verdorrt ist das noch ok was machen wir jetzt pause ja erstmal ein bisschen essen ich habe kurzfristig mit dem gedanken gespielt dass wir jetzt ein feld erstmal abbestellen ne wir haben jetzt ganz viele leer stehenden häuser sobald wir genug essen haben werden wieder rumpoppen wie die kanickel keine medizin keine kleidung vielleicht werden sie auch nicht rumpoppen wie die kanickel weil es ihnen einfach nur dreckig geht gut behalten wir im auge wir haben jetzt ganz viele farmen die nichts zu tun haben über den winter das heißt die verteilen wir mal auf die berufe die wir bisher ganz schön eingesteckt haben also zwei vendor hätte ich gerne ich hätte gerne gatherer gehen auch im winter holzmann haben wir genug wie schaut das mit den holzhackern ich hätte gerne einen zweiten holzhacker jetzt hätte ich gerne 5 also ich habe noch 5 Leute die nichts zu tun haben die hacken jetzt holz nicht viel einfach nur hier da stücken weg damit wir genug holz haben bis wir zu feuerholz machen können weil wir haben diesen winter zwar genug essen wir haben aber kein feuerholz das ist nicht schön die sieben restlichen farmer werden jetzt hier beim hacken helfen plus die 5 laborer das müsste eigentlich reichen wie schaut es mit dem eisen hier unten aus das ist weg gut wir haben einen kleinen vorrat an eisen dementsprechend haben wir auch bald wieder genug werkzeug harte schose echt harte schose meine haben wir nicht wir haben fast keine werkzeuge das ist bekannt meine die 21 eisen müssen erstmal reichen feuerholz das muss schneller gehen 31 holz irgendwo mal eine nachricht dass wir erwachsen haben ernsthaft das mit der schule hätte ich lassen sollen also ja das ist wahrscheinlich langfristig eine gute idee mit kompetenteren fachkräften und so weiter und so weiter aber das hätte ich nicht machen sollen wo wir gerade einen essensengpass haben oh oh ne fosterling jetzt bekam ein student und neue kinder wurden geboren die dann ebenfalls studenten werden können so essen ist null gleich so viel als unserer guten ernte spätwinter also müssen wir gleich wieder die leute umschichten holz wurde immer noch nicht abgehackt echt mies einfach nur mies und wir haben noch kein special event zwischendurch gehabt also kein feuer oder ähnliche unruhen ich will nicht wissen was wäre wenn das jetzt passieren würde in grad so einer eh schon schlechten situation wahrscheinlich instant tot so spätwinter haben gar nicht genug leute für die ganzen felder ich glaube nicht häuser sehen richtig mau aus ein paar bohnen ein bisschen essen die hatten früher teilweise 100 essen und 50 80 feuerholz in jedem haus gehabt das waren auch gute zeiten so frühling ich habe keine leute so parteien 13 von 22 nö ein Feld wird dieses jahr nicht bestellt ist mir lieber dass ein Feld jetzt komplett nicht bestellt wird als dass alle nur bei 60% oder so landen ich glaube das ist effektiver müssen wir gucken sind immer noch bei 13 von 18 schmied können wir nicht entlassen hörbelist können wir nicht entlassen woodcutter will ich nicht entlassen ich will irgendwann mal einen winter haben wo wir nicht durchgehen frieren steinhäuser früher wäre wahrscheinlich auch so ein punkt 3 zum farmer müssen jetzt die ganzen felder bestellen übel übel herz ist auf 2 runter wir haben wenig tools wir haben wenig eisen schon und der schmied nichts mehr zu tun wir haben keine labor übrig um mal eben eisen zu holen ok schmiede deaktivieren Guevara 4 6 7 7 8 8 10 Untertitelung des ZDF, 2020